Hallo mein lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo und ja also wie ihr wisst also bei mir sind jetzt auf jeden Fall Sommerferien und wie da geht's auch in den Urlaub so um die vier Wochen lang und dann bin ich halt vier Wochen lang weg und wenn nicht dann dann bin ich die letzten Wochen von der Sommerferie noch da und da kann ich noch ein paar Videos draus schauen aber wenn ähm wenn ihr also wenn ich Lust habe kann ich dann auch noch also öfter Videos machen wenn es was Neues zu sagen gibt wenn ich euch was auf was hinweisen kann oder so dann sage ich euch natürlich Bescheid also das war von mir soweit und ich bin raus Ciao